Hallo, mein Name ist Marianne Jordan. Ich bin Schauspielerin an der neuen Bühne in Senftenberg und dort spiele ich einen Abend über Hildegard Knef. So oder so heißt er. Und jetzt soll ich was über Hildegard Knef erzählen und das ist gar nicht so leicht, weil schon viele Worte über sie gesprochen wurden. Deswegen dachte ich, singe ich was von ihr, das vielleicht ganz gut auch ein bisschen ihr Leben beschreibt. Das Glück kennt nur Minuten, der Rest ist Warteraum. Das Glück lässt sich nicht sprechen, belächelt dein Vertrauen. Es läuft oft kilometerweit, ganz atemlos und ohne Zeit. verläuft sich zwischen vielen, verweilt für Minuten. Seht dich nur an und murmelt. Ich hab meine Zeit vertan.